Versprochen? Ja! Oh, oh, oh! Genau. Nimm mal die linke durch und greifen das Bein durch. Durch die Beine durch in der linke. Ich bin der rechten Unterdraht, warum? Kannst du das mal von da oben finden? Ja, dann hat er mal das Bein an. Das Bein, das Bein, das Bein, das ist schon mit dem Bein, das... Genau, bitte schön hoch, bitte schön. Genau, schließt die Arme, genau. Genau, vielleicht versuchen wir mal eine Balance zu treffen, wenn du dich auf dein Schulter legst, genau, oder du kommst hoch. 15 Kilo, das ist ja nicht so. Kopf runter. Genau, wieder den Arm, rückwärts, ich kriege den rechten Arm wieder unter meinen Arm. Kann er lesen, wie geht es? Dann hand ich die Auge aus, rechten Arm runter. Ja, jetzt muss noch einen Kampf machen, wenn wir uns zurückkommen. Gegen ihn? Ah, gegen diesen Japsen von Sanji. Wo ist er? Ja, entweder er, oder entweder er, der da steht, oder... Ich glaube, er, der da steht. Ja, auf, 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 auf. Der rechte Hand, ähm... Genau, drückt das Knie runter, dann Hüfte wieder raus. Das Knie... Jetzt gehen wir mit der Rechten. Echte ging es wie... Echte ging es wie... Ja, ja, ja. Ja... ...und auch hier... ...ja... Ein... ...und auch so. Tschö, Lajos. Tschö. Hey! So. So, wieder Arm unter der Seite. Mitgelegt nach unter seiner Arm. Nicht ihn festhalten, das bringt ihm was. Genau, die Schulterrechte für dein Gesicht. Jetzt legt die Hand runter. Gegen Gürtelarbeit. Und ... Weit sitzen. Gut. Bleib drauf. Zwei Arme drauf. Zwei drauf. Super. Mitlegen. Genau, jetzt die Hüfte einmal komplett in die andere Richtung kriegen. Und laden dann die Hüfte dann hoch. Genau. Nicht die Hüfte, in die Hüfte. Nee, die Hüfte in die andere Richtung. Zu ihm. Jetzt wieder mit drauf. Ja, genau. Das, das, das weiter, weiter, weiter. Ja. Ach, das ist ein Schlafter. Genau. Arm unter seinen Arm fliegen. Arm unter seinen Arm fliegen. Arm unter seinen Arm fliegen. Nicht festhalten. Arm unter seinen Arm fliegen. Auf die Schulter. Genau. So, es wäre ein Spritziger gewesen. Wäre ein Spritziger gewesen, wäre wahrscheinlich mal ausgezogen. Einmal ja, das wäre auch... Ja, das ist so. Ja, da ist jetzt ungefähr so. Es ist ja so. Wäre ein Spritziger gewesen. Ja, ja, ja... Wollen wir auf die Loch? Wollen wir auf? Wollen wir auf? Wollen wir sie auf? Wollen wir nach links ab? Wollen wir die Beine und in die Umklammerung und in die andere Richtung sterben? Ja, 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 ja.